Ich hatte einen alten Rover und ich bin immer in die Werkstatt und der Mechaniker hat immer einen Kopf geschüttelt und gesagt, ja, 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 das wird nix, das wird nix. Und immer am nächsten Tag ging's. Hab ich aber gedacht, wow, geiler Typ, under promise, over deliver, nein. Ich bin mit quietschend Reifen vom Hof und hab gesagt, boah, nee, nie wieder zu dem, ich geh jetzt zu einem anderen. Hätte der gesagt, kein Problem, komm morgen um 14 Uhr wieder, du bist hier an der richtigen Adresse, alles wird tiptop sein. Das hätte ich ihm nicht vergessen. Denn vergesst nicht, wenn Menschen zu euch kommen, wollen, dass ihr ein Problem für sie löst, dann wollen sie nicht noch mehr sorgen. Sie wollen nicht noch mehr kummern, sie wollen einen, der sagt, hey, du bist in den besten Händen. Sogar, wenn man dann Misserfolg hat. Und das ist das Interessante, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen.